Hallo und herzlich willkommen vom Rocket League Shop Video. Willkommen mal rein bei heute noch ein neues Gebetsuch, liebe Freunde. So, wir haben hier vor 800 Rocket League Coins gegen Orgo, Joa ist ok, bleibt frei Kager im Shop. Biker gehts. Gerne haben wir hier noch die Lackierung für Gargung Rocket League Coins, bleibt auch frei Kager im Shop. Dann kommen wir mal in täglichen Musik für Gargung Rocket League Coins. Gerne haben wir noch die Lackierung für Gargung Rocket League Coins, gibt mega geile auch die Lackierung. Gerne haben wir noch, was hinten auch ein Auto kommt, für Gargung Rocket League Coins, kauft Biker in Rocket League, bekommt Biker auch im Fortnite. So, gerne haben wir noch, was hinten auch ein Auto kommt. Gerne haben wir noch die Alkoreifen, ja, sind angemiert, vor 700 Rocket League Coins, kann ich kaufen. Gerne haben wir noch die GIGAS Namensstück, vor 500 Rocket League Coins. So, was haben wir hier noch? Gerne haben wir immer noch das Gagpo Event, das geht noch für E-Kage. Gerne haben wir natürlich immer noch GIGAS Event, das geht hier noch 3 E-Kage. Gerne haben wir immer noch GIGAS Paket. Gerne haben wir immer noch GIGAS Paket, GIGAS Paket, vor 500, und nochmal vor 500. So, bleibt noch 1 und gleich Kage. So, gerne haben wir hier noch GIGAS GIGAS Paket, vor 4,50€, bleibt auch noch richtig langen Shop. GIGAS Paket, vor 18,99€, bleibt auch noch lange im Shop. GACHbach, wie gern mal mit den Rocket, Ich habe Video lacht ein Abo gar, da wollte ich mich richtig gut über folgen und lacht natürlich auch den Gaumen nach oben gar und lacht ein Kommentar gar. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.